Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von The Flash. In diesem Film geht es um unseren Barry, denn ihm geht es nicht gut, denn seine Mutter fehlt ihm immer mehr und sein Vater ist im Knast für eine Sache, die er wahrscheinlich nicht begannen hat. Barry ist stark davon überzeugt, dass er die Sache nicht begannen hat und kann es zwar noch nicht so wirklich beweisen, aber er ist da ziemlich nah dran. Dann kommt es zu einem Zwischenfall, denn ein Krankenhaus droht einzustürzen und Barry macht sich mit Batman auf den Weg, da Platz zu schaffen, beziehungsweise sie trennen sich. Barry muss das ganze Krankenhaus dann hinterher alleine retten und Batman verfolgt ein paar Verbrecher, die eine komische Substanz in einem Koffer haben, die das ganze Trinkwasser von Gotham ziemlich stark vergiften kann. Ja, Barry schafft es auch zwar so mehr oder weniger, aber er findet etwas heraus nach einer Zeit, was ein bisschen merkwürdig ist. Und zwar reißt er einen ganzen Tag die Zeit zurück und er berät sich auch mit Bruce und Bruce sagt, ja, klar ist das möglich, schneller als das Licht rennst, dass du dann natürlich auch schneller bist als die Zeit und dann natürlich auch der Zeit zurückgehen kannst. Aber das kann natürlich auch schwerwiegende Konsequenzen haben. Ja, aber unser Barry, der ist da so ein bisschen... Seinen Schmerz mit seiner Mutter geht so tief, dass er dann einfach alles ignoriert, komplett alles ignoriert und dann versucht so weit zurückzureisen, dass er seine Mutter wieder retten kann. Was er aber nicht weiß, dass er damit komplett das ganze Raum-Zeit-Kontinuum komplett durcheinander bringt. Und zwar findet er sich dann hinterher in ein Universum wieder, wo er seine Kräfte bzw. wo seine Mutter und sein Vater alles noch intakt ist, die Familie, aber er trifft auch auf sich selber. Und ja, durch einen gewissen Zwischenfall muss er halt gucken, dass dieser Barry in dem neuen Universum auch seine Kräfte kriegt. Aber bei diesem Versuch passiert etwas, dass der Barry zwar seine Kräfte kriegt, aber unser Barry aus unserem Universum, sage ich jetzt mal, verliert seine Kräfte. Und dann kommt noch ein Bösewicht ins Spiel und die stehen vor einer Situation, wo sie nicht wissen, wie sie das wieder auf die Kette kriegen wollen. Ja, soviel ungefähr zu The Flash. Also ich habe ja sehr viel im Vorfeld gehört über diesen Film, dass er mehrfach umgeschnitten wurde, dass es mehrere Nachdrehs gab, dass der Film eine Katastrophe werden könnte und so weiter und so fort. Was ich aber sagen muss, der Film ist keine Katastrophe. Also ich habe echt mit etwas Schlimmem gerechnet, ist aber nicht passiert. Und das ist gut. Aber es gibt so viele gute Sachen in diesem Film. Erstmal gefällt mir die Story schon mal cool. Dann ist das auch echt gut umgesetzt worden. Viele, 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 viele tolle Easter Eggs. Sehr viel Humor. Also das muss ich auch sagen. Also der passt echt gut immer. Ein bisschen was für die Nostalgie-Fans ist was dabei. Nicht nur Nostalgie-Fans der 90er Jahre, sondern auch sogar Nostalgie-Fans, die noch ein bisschen weiter zurück DC verfolgt haben. Und so weiter und so fort. Also das sind echt gute Sachen. Also man sollte Ezra Miller als The Flash behalten, wenn es jetzt demnächst, sage ich jetzt mal, in die James Gunn-Ära geht. Sollte man Ezra Miller behalten, denn abseits davon, was er privat für Sachen da veranstaltet hat, muss man sagen, als The Flash ist der echt gut. Und es wäre schade, wenn man ihn ersetzen würde. Was man aber auch sagen muss bei dem Film, was CGI angeht, ist der Film sehr durchwachsen. Es gibt echt Momente, wo man sagt, ja, da haben, sage ich jetzt mal, Gesellen dran gesessen. Und dann gibt es auch Szenen, so vor allen Dingen am Anfang mit dem Krankenhaus, was ich erwähnt habe. Da gibt es Szenen, da dachte ich, Alter, ist das der Azubi aus dem ersten Lehrjahr, der das gemacht hat? Ey, das sieht teilweise so schlimm aus. Boah, das geht mal gar nicht, ey. Also da ist wirklich was gewesen, wo ich gedacht habe, okay, wenn jetzt der ganze Film so scheiße aussieht, dann hat sie ein richtig starkes Problem. Ja, und es kam auch wieder so die ein oder andere Szene, die wirklich nicht so wirklich gut aussah. Aber dann gab es auch wieder Szenen, die wieder gut aussahen, was mich dann wieder ein bisschen milder gestimmt hat. Aber man muss echt sagen, der Film unterhält schon mal. Das ist ja schon mal gut. Ob der Film bis ins Detail stimmig ist, ja, muss man gucken, muss man auch für sich selber teilweise entscheiden. Aber ich finde, für das, dass er jetzt so eine Art Soft-Reboot-Film sein soll, haben sie da doch schon ganz gut was rausgeholt, muss man sagen. Also da habe ich echt mit so viel Schlimmeren gerechnet, wo ich jetzt dann doch schon wieder ein bisschen milder gestimmt bin. Und auch die ganzen, ey, das kommen so viele Charaktere in diesem Film vor, wo ich sagen muss, okay, das sind teilweise echt starke Momente, die ihr den Charakteren gegeben habt. Und das ist schon richtig, richtig gut. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was James Gunn dann jetzt demnächst machen wird. Also es kommt ja jetzt noch der Blue-Beatle-Film raus. Der könnte wahrscheinlich auch noch mit in die James Gunn-Ära mittransportiert werden. Und dann kommt ja noch Aquaman in the Lost Kingdom, oder wie der neue Film heißt. Da bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt auch in die James Gunn-Ära rüberschwappt, oder ob das danach dann auch irgendwie dann ein Ende findet. Da bin ich echt mal noch gespannt. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das dann aussehen wird. Ja. Und 2025 mit Superman Legacy wissen wir dann schon mal, wie das neue James Gunn-Universum von DC dann aussehen wird. Ja, aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fan Shop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also kurz zusammengefasst, der Film ist zumindest keine Vollkatastrophe. Was ja schon mal richtig gut ist. Der Film hat viele lustige Momente. Er hat Charaktermomente. Er hat spannende Momente. Er hat actionreiche Momente. Das ist alles schon mal etwas Positives, was man für die nächsten Phasen beziehungsweise für die nächsten Filme halt noch mal verfeinern und ausbauen sollte. Woran man aber definitiv arbeiten sollte an der CGI. Also manche Sachen sahen echt nicht gut aus. Und das darf bei so einem Blockbuster nicht passieren. Ja, ist bei Marvel auch schon ein paar Mal vorgekommen. Aber es sind solche hochkarätigen Blockbuster. Das darf einfach nicht passieren. Glücklicherweise war es nicht bei den kompletten Filmen die CGI schlecht. Nur bei diversen Szenen. Aber es darf nicht passieren. Ja, viele Charaktere, die neu reingekommen sind. Viele Charaktere, die halt man irgendwie irgendwo schon mal gesehen hat. Viele schöne Easter Eggs. Ich bin nicht unzufrieden. Und ich gebe auch ein bisschen dem Film auch ein bisschen Kredit. Beziehungsweise auch den Neustart ein bisschen Kredit. Und gebe den Film 4 von 5 Totenköpfen. Weil ich denke, wenn James Gunn das übernimmt, das könnte interessant werden. Vielleicht wird es besser. Aber ich denke mal, viel schlechter kann es gar nicht mehr werden. Also, wir haben ja letztens bei DC so viel durcheinander gehabt. So viel hier kackt gehabt. Da muss jetzt mal wieder ein roter Faden rein. Und das ist ja jetzt so eine Art Soft-Reboot. Und vielleicht ist das gar nicht mal so die schlechte Idee. Ja, das war meine Filmbewertung von The Flash. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.